Wir sind bei den aktuellen Infektionszahlen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die dem Robert-Koch-Institut mitgeteilt wurden. Seit gestern 18.034 positive Testergebnisse, 4.197 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht ebenfalls deutlich nach unten. Sie liegt aktuell bei 132,8. Außerdem meldet die Behörde 285 weitere Todesfälle. Knapp 31 Millionen Impfdosen sind mittlerweile in Deutschland verabreicht worden. Untertitelung des ZDF, 2020